Ein törichter Mensch, der seine Dummheit erkennt, ist insofern schon weise. Doch ein Dummkopf, der sich für weise hält, ist wahrlich ein Narr. Ein dummer Mensch kann sein ganzes Leben lang mit weisen Umgang haben und doch den Pfad zur Weisheit nicht erkennen, so wie der Löffel nicht weiß, wie die Suppe schmeckt. Wenn aber ein Mensch Augen hat und sieht und nur einen kurzen Augenblick mit einem Weisen zusammen ist, so erkennt er alsbald den Pfad zur Weisheit, so wie die Zunge den Geschmack der Suppe erfährt.